Heute stehe ich hier mit unserem dritten Neuzugang, Yannika. Yannika, wie hat dich das Team denn gestern empfangen in deinem ersten Teamtraining? Ja, super. Also ich habe mich richtig gut aufgenommen gefühlt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alle sind gleich zu mir gekommen und wollten was wissen. Und zwar richtig schön. Ich habe mich super aufgenommen. Und dann heute direkt nach einer Nacht hier, direkt so ein Spiel gegen Hamburg. Wie war es? Ja, aufregend. Also ich weiß nicht, ich habe Leda gestern Abend gesagt, ich bin nicht aufgeregt, ich glaube, ich gewinne diesmal gegen Hamburg. Und? Haben wir gewonnen? Ja, also ich bin richtig, richtig glücklich. Ich freue mich, ja. Wie war der Spielverlauf? Also ich fand, wir haben richtig stark in den ersten Drittel gespielt. Wir haben auch danach stark gespielt, aber dann wurde auch Hamburg immer besser. Ja, ich bin einfach glücklich, dass wir gewonnen haben. Und wir freuen uns sehr, dass du jetzt bei uns bist und auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in den nächsten Spielen. Als nächstes geht es für uns zu unserer Ost-Tour. Da nehmen wir euch auf jeden Fall auch mit.